meine artikel ist ihre digitale bestellliste mit vielen nützlichen funktionen über diese funktion sehen sie alle artikel die sie bei nti bestellt haben unabhängig vom bestellweg aus ihrer artikel liste können sie jederzeit schnell und einfach benötigte instrumente nachbestellen wählen sie dazu die gewünschte menge mit dem plus und minus reglern an der seite aus haben sie alle mengen eingetragen klicken sie auf warenkorb und alle artikel mit einer menge werden dem warenkorb hinzugefügt um ihnen die verwaltung der nti instrumente zu erleichtern haben sie die möglichkeit sich die liste der artikel oder artikel etiketten mit qr-code auszudrucken wenn sie die artikel liste ausdrucken möchten klicken sie einfach auf exportieren und es wird eine pdf datei für sie erstellt möchten sie die artikel etiketten ausdrucken um ihre lagerhaltung zu optimieren klicken sie bitte auf etiketten herunterladen die pdf datei ist druckfertig für etiketten des typs herma 4500 die abmessungen der etiketten sehen sie ebenfalls im menü wenn sie sich mit einem smartphone oder tablet in das nti portal einloggen können sie die artikel per qr-code scan einfach in den warenkorb legen weiter ist es möglich etiketten für ein instrument zu erzeugen klicken sie in der artikel liste auf den qr-code button am artikel um artikel noch schneller zu finden können sie die liste zusätzlich nach kategorien filtern viel spaß auf ihrem neuen nti portal bei fragen helfen wir ihnen jederzeit gerne persönlich weiter